Wir werden nicht überleben. Ich habe alles getan, um meine Familie zu beschützen. Heute habe ich meine Frau beerdigt. Jetzt fürchte ich um mein Kind. Du bist Tacham. Vielleicht gefällt Ihnen nicht, wo Sie herkommen. Vielleicht haben Sie Feinde dort. Aber Sie müssen zurückkehren. Das Wilde in Ihrem Monde umruhigt mich. Sie müssen für mich schreien. Wie ein ängstliches Mädchen? Er ist Tartan. Sie sind Jane. Er wird sie holen. Da unten sind 1000 Mann. Und weitere 20.000 kommen. Wir haben keine Chance. Ich, schon ein normaler Mann, kann das Unmögliche vorbringen, um die Frau, die er liebt, zu retten. Mein Mann ist kein normaler Mann.